Unsere Kandidatur für ein lebenswertes Gromaring auch in Zukunft, denn Zukunft bietet da, wo man sie gestaltet. Genau, und da braucht man junge und frische Ideen dazu und ein bisschen Erfahrung und den Weitblick. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich da in die Regionalstadtbahn einsteige und eine Dreiviertelstunde später in Sturgat am Hauptbahnhof wieder aussteige, dann lasse ich das Auto standen. Das ist echt. Und in 15 Minuten die Uni nach Tübingen. Also da sieht man, dass die Regionalstadtbahn mal einen echten Mehrwert von Gromar mit sich bringen wird und das ist zwar für jung und alt. Was braucht gute Bildung? Gute Bildung braucht Platz und moderne Ausstattung. Deshalb ist eine durchdachte Sanierung der Schlossschule unabdingbar für den Bildungsstandort Gromaringen. Genau, und auf jeden Fall ist es aber wichtig, dass ein mittlerer Bildungsabschluss in Gromaringen erhalten bleibt. Hast du die Diskussion über die Bildung in letzter Zeit mitbekommen? Ja, da ist einiges im Umbruch gerade. Klar, wenn man zurückdenkt, dann ist die Schlossschule schon was Gutes. Ja, aber es kommt darauf an, dass wir einen zentralen Punkt haben, an dem alle Schüler hinkommen können. Die Frage ist nicht, ob man es macht, die Frage ist, wie man es macht. Das Dönig verbindet natürlich im Heimplatz viele tolle Erfahrungen. Vor allem die K-Zahler, wenn man gemeinsam so was Tolles erreichen kann, hat mich von Anfang an motiviert, mit an diesem Projekt zu arbeiten. Vor allem, wenn man jetzt sieht, dass bei tollem Wetter so viele Menschen auf dem Haldeplatz sind, das motiviert ihn doch auch für zukünftige Aufgaben gemeinsam anpacken und gemeinsam was verändern in der Gemeinde. Ich bin ja sowieso ganz tief beeindruckt von diesem bürgerschaftlichen Engagement in Gromaringen, also dieser Haldeplatz oder auch dieses Breitbankprojekt in Stockach. Also da ist etwas natürlich, was ich unglaublich gern einbringen will und einfach sage, da mache ich gern mit. Also sechs Verbindungen am Tag direkt nach Tübingen, das ist einfach viel zu wenig, das geht gar nicht. Aber das Allerschlimmste ist, morgens, wenn der Schulbus kommt, da hast du jedes Mal Angst, dass eurer Stande bleibt, weil er noch hineinkommt. ÖPNV muss einfach funktionieren, dass ich welche Alternative zum Auto darstellen möchte. Hannah, ist doch so schön. Das Stocken, da habe ich einfach meinen Platz gefunden. Gestern Abend wollte ich meine Lieblingsserie schauen. Es ging nicht. Das Internet war so langsam. Ja, oder auch ich, wenn ich für die Uni recherchieren will. Das Internet ist einfach zu langsam. Schnelleres Internet, das wäre was. Für die Freizeit und für die Uni. Der Kindergarten auf dem Hubland zeigt in seinem Fenster die Flaggen vieler Länder. Aus allen diesen Ländern sind Menschen nach Gromaringen gekommen. Sie bringen ihre Kinder in den Kindergarten, sie wollen sich also integrieren. Dieses Anliegen unterstütze ich und darum will ich in den Gemeinderat. Ja. Denn gerade für junge Familien ist Kostenfreiheit eine enorme finanzielle Entlastung. Und dafür setzen wir uns als SPD ein. Wir haben als SPD-Gomaringen eine junge, starke Liste, die sich gerade dafür stark macht. Ja, Maxi, da haben wir doch mal jetzt rein. Dann packen wir es an. Doch dazu brauchen wir Ihre Stimme. Zum Ja. Zum Ja. Untertitelung des ZDF, 2020